Wir sind hier im Ortsteil Lutzenberg und sind alarmiert worden zu einem verdächtigen Rauch. Ich bin selber nicht als erstes vor Ort gewesen, ich bin von auswärts gekommen. Der erste eintreffende Gruppenführer hat mir berichtet, er hat hinter uns den Carport, den man sieht, mit zwei Fahrzeugen und vermutlich Brennholz, vollbrennend angetroffen. Das Feuer hat in dem Moment auf die benachbarte Scheune und auf das Wohnhaus schon angefangen überzugreifen. Wasser war genügend vorhanden, das Problem war die Tageszeit, die Leute sind beim Arbeiten, trotz der Corona-Krise. Und im ersten Moment war Personal das Problem, deshalb hat man sich ja erstmal konzentriert, die Nachbargebäude zu schützen. Die Fahrzeuge in der Carport war eh nichts mehr zu retten. Und ja, dann kam Unterstützung von Welsheim, die automatisch mit alarmiert wurde. Es war dann alles im Griff, man hat das kontrolliert, alles abarbeiten können. Und dann war die Lage in relativ kurzer Zeit im Griff. Es waren insgesamt drei C-Rohre und ein B-Rohr, einfach um die Nachbargebäude zu schützen. Das war in dem Moment das Wichtigste. Es sind jetzt insgesamt von Althütte 18 Kräfte mit vier Fahrzeugen, von Welsheim 16 Kräfte auch mit vier Fahrzeugen. Plus der örtliche Ortsverein vom BRK und der Rettungsdienst war auch noch ein Wesen. Vielen Dank. Vielen Dank.